In die Kneipe. Zu. Noch zu früh. Noch zwei Runden am Fluss. Wie gut er diesen Weg kannte. Aber diesmal hielt der Zug seines Lebens nicht mehr an. Es gab keine Station mehr, wo er aussteigen konnte. Anhalten, sich umsehen, etwas Neues ausprobieren, scheitern, weiterziehen. Wie leben wir und warum? Er nicht mehr. Er spürte den Regen. Er sah die zeitsparenden Geräte mitten im Fluss. Die Abgeordneten des neuen, schöneren Lebens. Er hasste sie jetzt. Untertitelung. BR 2018